herzlich willkommen zu einer weiteren haben welche da kommen welche sechs stück ja 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 nein die klein war weg ich gehe ins haus hinten nein noch nicht jetzt noch wer im haus bei mir ich muss kurz den draußen duten gegen munition der am haus ist tot der hier außen aber sicher doch das sind aber nicht alle gewesen ist noch vier gelandet oder nicht oder hast du auch ein dauer ne einer wird wurde dann hier wurden welche gedauern gemacht von den anderen leuten okay wir müssen in die zone hast du genug oder was hast du genug oder was ich habe ich habe 110 gerade mal insgesamt ich werde es nicht lange überleben ich habe kaum den wollen wir oben versuchen das noch mitzunehmen rechts oben ich habe nur 31 schuss hier für die waffe ich werde hier nicht weit kommen jetzt der hat shotgun wir haben keinen vorteil hier obwohl er ein nachteil der hat die zone wird uns voll reinjagen da oben war es drin da liegt was eine wasche oder was munition lag hier ein bisschen du hast noch eine shotgun ne die hast du wenigstens ein magazin hast du wieder wenigstens da nehme ich nämlich den shotgun als zweite waffel ich komme nach rechts rum wollen wir unten lang laufen schau 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 das ja blute ich bin nah dran muss in die tonne ich muss mich ein ja hier ist zone glaube ich ja hier ist zone hier kannst du dich hinlegen ich hab gar nichts Ich habe gar nichts. Loi, ich zie dir noch eine Hecke. Oha, Alter, das ist ja... Am Baum. Unten, ne? Ich glaube unten. Wir müssen da hinter diese Steine kommen. Ja, das sind noch 10 Sekunden gleich. Ich glaube hier oben lang. Hey, wir können hier oben bleiben. Ja, wir können hier oben bleiben. Wenn hier keiner ist, ne, das ist nah. Hier unten waren welche. Über sind welche. Komm, wir müssen in die Zone. Scheiße, wir sind hier nicht in der Zone. Da unten sind, glaube ich, welche. Wir sind hier nicht erschossen. Komm runter, runter, wir sind hier nicht in der Zone. Da rechts ist einer. Wo? Runter. Hier unten. Komm, rein hier. Guck mal, Alter. Ja, Muni noch. Wir sind die Zone, wir sind die Zone. Hm, die sind Norden. Wir sind die Zone. Alles gut, wir haben die Zone vor uns. Komm. Ich bleib hier in der Ecke stehen. Da sieht mich keiner. Da sieht mich keiner. Hoffentlich. Weiß keiner mehr, hier unten auch nicht. Zwei noch. Ja. Ja, das sind die letzten beiden. Die sind da unten. Ich hab 5, 5, 6, aber ich brauch die Bahn. Ach, ich soll zwei Schuss. Hast du nur zwei Schuss, oder was? Nein, zwei Schuss haben wir. Waren hier oben, drinnen drauf noch. Ich glaub, sehr gut. Hab ich ja. Ich sehe keinen. Siehst du die? Nein. Bestimmt hier unten, vorne. Ja. Da sind sie, am Haus. Siehste? Wo? Auf 10. Ja. Wollen wir schießen? Nein, nein, lass, lass. Wir warten. Wir müssen gleich laufen. Sind das beide? Schieß, schieß, schieß. Der steht... Nee, warte. Nee. Der Stein, der steht genau da drinnen. Ja, der steht genau da drinnen. Komm, wir können. Down. Der andere steht daneben. Nee, nee, der steht da. Schieß. Kopfschuss. So, das war eine Runde PUBG Mobile. Er kann man es, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao. Tschau. Jau.